Hit Radio FFH präsentiert Die wilde Welt der Alltagstiere Kuckuck! Hi! Hier sind wieder Königspython73 und Echse eure Tierfluencer! Heyo Leute! Was geht? Heute möchten wir euch mal ein Tierchen vorstellen, was sich nicht nur an Ostern größter Beliebtheit erfreut. Ja man, die Rede ist vom Haseröder. Es ist einfach eine Freude, wenn man dieses Tierchen zischen hört. Ein Haseröder ist uns Menschen immer und überall willkommen. Oh ja, besonders Männer zeigen beim Haseröder ihre Tierliebe. Sie kümmern sich aufopferungsvoll um dieses gute Laune-Geschöpf. Manchmal sogar bis zum Umfallen. Hey, jetzt aber mal Real Talk! Dieses arme Tierchen wird eng auf eng in Kästen gehalten oder sogar angestochen. Das bringt für mich das Fass echt zum Überlaufen. So, jetzt wisst ihr hoffentlich, wie der Hase läuft. Ein Tierchen wird beim Haseröder übrigens ganz oft gesehen. Und zwar der mindestens genauso beliebte wie nützliche Zapfhahn. Das war's dann auch schon wieder, Leute. Lasst uns gern noch ein paar Likes da und abonniert unseren Kanal auf YouTube. See you! Und denk dran, reinschauen, renntiert sich. Hitradio FFH. Tierisch gut.